So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und entweder noch zu einem neuen Part von dem Zwischendurch-Dix. Ja, wir spielen heute Escaping the Prison mit Henry Stickman, so heißt er in dem Charakter hier. Also das Spiel, oder genauer gesagt eines von der Spielereihe, das ist mehrere von, habe ich schon vor ein paar Jahren gespielt. Damals in ziemlich schlechter Qualität, heute hoffentlich in besserer Qualität, halbwegs besserer Qualität. Ja, Escaping the Prison, heute inzwischen durch Dings. Wir sind gefangen und genommen wurden. Haben wir für irgendwas verbrochen? Wir haben schon irgendwas verbrochen, sind jetzt im Gefängnis. Wir haben ein Paket bekommen. Oh, eine Torte. Zum Geburtstag. Das war's drin. Da sind viele Sachen drin. Ende Veränderung? Ein Chemikalienring? Teleporter? Ein Drill? Ein Telefon? Und ein Raketenwerfer? Okay. Ähm, was nehmen wir denn so, um hier aus dem Gefängnis auszubrechen? Wir dürfen eine Sache aus dem Kuchen ziehen. Was ziehen wir uns daraus? Ähm, ja, Raketenwerfer, warum nicht? Ist doch die effektivste Waffe, um hier rauszukommen. Oder nicht? Jo. Autsch. Fail. Wir versuchen es nochmal und diesmal, ähm, ganz klassisch mit der Pfeile. Fenster oder Tür? Ah, Fenster natürlich. Ja. Ja. Ähm. Was denn sonst? Deiner G-Drink. Deiner G-Drink. Ja. Was? Wir sind voraus. Es ist eingefroren. Die Zeit steht zu tun. Wir kommen hier raus. Mhm. Ich frage sich, wie weit es gut gehen kann. Wie schnell wir hier rauskommen. Was? Zeit-Effekt sind gekluckt. Use your Head-Ags. Repeat the heartbeat. Impossible of Stoke. Heart-Attack. Hm. Tja. Ähm. Hier mit Krallen zu schlucken, ist dann haltet nicht die beste Lösung. Dann teleportieren wir uns nach außen. Ab in die Wüste. Feuer! Oh. Oh, Mann. Wir haben noch nicht versucht, jemanden anzurufen. Aha. September, der 9. September 53. Witness, please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but generally spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag, in order to break into the bank. Is that correct? Aha, we sind also in the bank eingebaut. Ach so, yeah. Is it really that obvious? I have proof. The defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. The evidence. What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I... Uh, ja, gut. I was just kidding. Let me try... This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Guilty. Guilty. Oh, man. Gut, wir versuchen es von vorne. Ähm. Das hier. Bums. Durchs Gepinels durch. Und... Oh. Tatsache. Sind wir durchgekommen. Operatinator. Aha. Durch den Boden durch. Oh. Ähm. Fail. Ja. Dann halt. Das Brecheisen. Oh, oh. Oh, oh. Nee. Nee, du nachher. Ähm. Autsch. Ja, komm. Ich wollte doch zur Seite. Na, komm. Ich muss dich ficken. Das ist wahrscheinlich das. Autsch. Na, komm. Na, komm. Mach doch gern Scheiß. Ja, ja. Yes. Na, komm. Ja, ja. 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 Autsch. Ja, ja. Ja, ja. Na, komm. Erst hier lang. Und dann nach links. Oder nach links. Autsch. Erst nach vorne durch die Wand durch, oder was? Ja, ja. Na, komm. Nichts zu lang überlegen. Ab durch die Mitte. Die Decke hoch. Genau. Wieder zurück. Oh, die, bitte. Da, 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 da. Na, na, na. Ich bin mir jetzt nicht. Okay. Gut. Nach mal von vorne. Die gute alte Pfeile. So geht's doch am besten. Jupp. End kommen wir auf die altmodische Variante. Nasekratz. Hab ich zu lange gewartet. So. Kämpf. Bats. Entkommen. Oha. Von hinten. Wie gemein. Bats. Und von hinten. Jupp. Oh nein. Entdeppt. Stuhl. Sehr gut reagiert. Ähm. Auf dem Dach. Ähm. Warum nicht? Das, das klappt. Ist egal. Ja. Haben wir geschafft. Sind wir gekommen. So, das ist der richtige Weg. Na komm. Was gibt's doch um einen spektakuläreren Weg auszubrechen. Versuchen wir einen spektakuläreren Weg. Und hier. Einmal vorne. Zack. Einmal hinten. Zack. Und weiter durch die Tür. Hey, he's escaping. Escape. Und. Stuhl. So, wie geht's. Wacht's. Ich bin in meiner kürtlichen Durchsungkler der Ruhrer. Tja, Ruhrer. Die Lüftungsschächte. Oh. Fail. Es ist zurück aufs Dach. Oh. Plingers. Jetpack. Tja. Ein Hapone. Ouch. Gehtransporte überfahren. Irgendann. Parallelator. Oh. Es ist lediglich ein Rucksack gewesen. Ouch. Jetpacks. Geklebt. Ups. Oh, look. You're back. Hat ja super geklebt. So, Pfeile. Darlenk. Da werden wir wieder so. Ähm, jetzt hier mal. Das hier. Granaten. Genau. Ouch. What the fuck? What the fuck? Dann wo doch. Der Stuhl. Ja, da bringt's ja irgendwie nichts, oder? Da waren wir ja schon. So weit waren wir schon. So weit sind wir schon gescheitert. Get him. Okay. Ähm. Das hat's vielleicht noch gebracht. Da gibt's vielleicht noch einen Weg, den wir nicht ausprobiert haben. Zack. Hier runter. So. Hier und da durch. Und hier müssen wir wieder fliehen. Oh, schon. Oh, schon. Hier. Weg. Was? Tja. Gut. Ähm. Da bleibt nur die Fail-Methode. Einfach raus. Gut. In diesem Sinne. Fail-Cons29. Ja. Haut darinne. Hab'n angenehm. Fast jeden Tag. Man sieht sich. Ciao, ciao. Tja.